Die Firmen-ABC-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Nur ein gepflegter Forst hat Potenzial zu wachsen. Das wissen Forst- und Grundstücksbesitzer. Gut, dass sie sich dabei auf einen kompetenten Partner verlassen können. Die Anton-Holz GmbH in St. Veit an der Glan ist ihr Spezialist für Holzschlägerung und Holzbringung in extremem Gelände. Ob Seilbringung, Baumfällung oder Kranseilung auf Steilhängen, Die Profis erfüllen sorgfältig und bestens ausgerüstet jede noch so schwierige Anforderung. Holzpflege und Holztransporte ergänzen das vielseitige Leistungsportfolio, das für jegliches Areal die passenden Arbeiten zur Erhaltung von Forst- und Waldbestand bereithält. Mit über 30 Jahren Erfahrung wickelt das erfolgreiche Unternehmen Einsätze in ganz Österreich ab. Zahlreiche zufriedene Auftraggeber sind begeistert von der Handschlagqualität und dem umfassenden Know-how des Teams. Nicht umsonst ist die Anton-Holz GmbH eine klare Empfehlung der FirmenABC-Redaktion.